so was hast du heute vor juggie will heute der fluss ausbauen und ich habe ein bisschen vor diese wasserrohr ein bisschen weiter bauen weil so habe ich bemerkt dass mittags so ungefähr oder kurz vor abend haben wir kein wasser in haus und deswegen will ich das ausbauen so also ich brauche steine hop hop hol mir steine abadali ich werde dir steine holen ich werde dir beide machen anstatt steine holen so okay ich sammle ein paar steine für dich oh man ich bin schon wieder total überladen du weißt ich kann nicht viel schleppen ja stimmt ich bin doch hier die jägerin und was da drin habe ich dir das erlaubt eine stand fackel kiste nimm mal mit wenn ich das nehme bin ich überladen aber wird glauben wir nicht wird kann man immer gebrauchen oder habe ich nämlich da so zu viel drin doch diese fasern 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 muss ich loswerden 52 leder habe ich noch okay ich schmeiß das mal in die kiste paserkiste oder wir machen so versuchen wir eisen ein bisschen eisen müssen eisen kloppen diese kleinen kleinen steinchen dann wird möchte dann machen auch scheiße jetzt habe ich jetzt haben wir kein wasser mehr in haus irgendwie erfüllst kein wasser wieso weiß ich nicht ich frage mich weil ich hier so ach so ja alles klar ich mache mal mein inventar leer irgendwie habe ich hier zu viel zeugs die definitiv haben dann muss ich wieder gucken was sie drin ich verhunger noch scheiße fasern stroh was habe ich überhaupt nicht hier drin 31 steine holz das haben nicht reingemacht okay das will ich nicht das will ich nicht hab da gar nichts reingemacht da ist noch ein bisschen leder so jetzt sind ich nicht nicht mehr ganz zu überladen aber da müsste ich ja jetzt naja was machst du da ach so das ist dinge gebaut ja soll ich mal steine sammeln gehen ja das wäre nicht schlecht ja ich meine eisen metall kloppen ja sind mir diese fiktlinge braucht diese kleinen findlinge weil ich will mir noch die eisen mit scheiße 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 ich brauche was zu essen erstmal was macht los hier ist was zu essen jetzt nicht ins wasser durch wie ich so erstmal zu futtern hier suchen jetzt haben wir was zu futtern werden für frühstück ja ich habe ein bisschen dodo und noch was anderes gefunden so sind diese flint feuerstein stein 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 metall 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 ein metall 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 zwei metall zwei metall zwei metall und kaputt also von diesen komischen kleinen flint steinen bekommt man eigentlich immer ganz gut metall steine tag mit dem habe ich vergessen mittel an mittel metal mittel mit mittel mit mit mittel mtv So. So. Mal gucken, wie viel Metall habe ich jetzt. Acht Metall. Naja, ist doch nicht so viel. Egal. Ich klopke mal weiter hier. Feuersteine habe ich genug. Was brauche ich überhaupt? Mann, ich nehme die Petra mit. Die kann doch das ganze Zeug für mich hier schleppen. Was mache ich denn hier so dummes? Ich habe mal so. Stroh. Okay. Gib mir mal Stroh ein bisschen. Ich habe keine Stroh. Stroh. Ja, aber eigentlich will ich das hier ausbauen. Ach, da muss ich das alles erst erlernen. Machen wir erstmal das hier. Machen wir zusammen. Okay. Du hast gekackt. Schwein. Schweine Bitch. Immer gern. Ich lege dann mal das... Was? Deode. Inventar. So. Vielleicht ist Wasser oder nicht? Ja, jetzt haben wir Wasser, die Haus. Yeah. Ich bin ein Genie. Genie. Du bist ein Genie. Ja, so, du bist aber Genie. Genie. Ich bin kein Chinese. Ich bin auch ein Genie. Schi-Shi-Shi-Shi. Stroh. Äh. Schrank. Holz. Alter, ich komme mir nicht zurecht. Stroh. Nein. Nein. Wollen, Steine jetzt wieder? Da sind Steine. La, 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 la. Okay. Äh. Ich hasse Ordnung. Wieso? Muss man... Da muss man mal alles suchen. Ist zwar paradox irgendwie so, aber ähm... Ich bin im Chaos zu Hause. Jetzt habe ich kein Holz. Ja, merke ich. Du hast das Kürsenhaus. So, das haben wir. Äh. Jetzt habe ich keinen Feuerstein. Die habe ich gerade weggebracht. Ich bin so ein Dödel. Okay. So, jetzt. Hm. 16 Holz. Feuer machen. Feuer machen. Feuer. Feuer. So. Eisen. Ah, ja. Was ich will, muss ich jetzt gehen nach unten, ganz unten, wo ist die... Pop, pop, pop. Was ist die? Nicht Lederrüstung. Äh. Genau das. So. Und wie viel brauche ich? Ich will nur Feuersteine. Ach, macht mir auch keine Feuersteine hier. Hallo. Äh. So. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Okay. Acht. Eins. Leck mir am Arsch. Leder brauchen wir. Holz. Sie brauchen wir. Den Stick. Okay. Tschööööööööööööööööööööööööööö. nicht sagen aber ich glaube deine tierchen brauchen was zu futtern was deine tiere brauchen was zu futtern irgendwie ist verbindung schlecht wenn du sprichst ich höre dich nicht richtig deine tiere brauchen was zu fressen ja was soll ich jetzt machen metall sammeln oder fischen gehen holz und stroh brauche ich brauch holz und stroh es wird dunkel weißt du was heute leder das wird am sinnvollsten im schrank mit leder da wurde ich habe es alles schon verbraucht ich brauche das ich kann mit leder gebrauch ich ja naja sechs so ein dodo gekillt jetzt wieder steine kloppen juhu zwei metall okay ist noch nicht so viel hier hey du bist auch da hallo so ich brauche so ich brauche was zu essen so langsam ich ich überlege mir ob sollte auch brücke bauen auf andere seite zum rüber gehen oder ja ja hört sich vernünftig an ach guck mal du hast doch so viele bären gibt mir mal was hier rüber zählen baby bräuchte auch nicht hier fleisch machen und so die gitarre stellen ist sowieso viel gesünder wenn hast du leder dann für macht die leder in diese weg banke okay man in die werkbank alles klar check 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 futter so sollte reichen baby du solltest mal kurz hier warten so ja so jetzt wird dunkel ach was hier ist überhaupt nicht dunkel warte mal option wo war das nochmal stehen bleiben du bleiben stehen stehen bleiben muss man mit wasser hinterher kommen hinterher kommen wo ich sehe gar nichts ich will nicht dass jemand sich fressen aber ich habe kein essen da ist der hai und es ist scheiße dunkel okay ich wieder raus jetzt haut er mir mit meiner petra ab petra hat nichts zu essen ich brauche sowas zu essen dann geh mal mit petra zu essen holen das mache ich wohl alter dann sammle ich noch ein paar steine hier wo ist du ich brauche was zu fressen so aber eigentlich will ich doch mein fluss ausbauen ja mal dann mach dein fluss einfach okay jetzt machen ich baue aber dafür muss ich erstmal den anderen kram hier ach so kann ich doch alles lernen alles klar ich will erlernen da habe ich genug ist kein thema nächster ist dann nicht gelernt schräge strohwand nicht gelernt schräge strohwand interessiert mich nicht holzwand wird brauch ich noch wundschild holzdach das dach ist wichtig soll ich nicht bauen oder was holztür ne ich mach mal selber ich will es los mal selbst ausbauen okay er lernt jeder Hose Steinwand steinwände brauche ich auch oder ah ne erstmal nicht kann ich jetzt foundations machen habe ich die gerade habe ich die gerade wo seid das ihr ah da holzfundament alles klar so jetzt das brauche ich doch das ist das wichtigste hier was hat noch nicht gelernt bola wie macht man die denn ein holzkäfig boah der ist für dich ich kann holzkäfig bauen geil einfach nur mal so aus spaß herstellen oh mein gott wozu macht man damit weiß ich noch nicht vielleicht für dich für mich ja wenn du nicht artig bist 110 holz stroh Fasern geil ein tragbarer Käfig zum innern hier inhaftiert von gefangenen ist ja mega ne das muss ich sofort bauen alles was ich will wissen wie es aussieht also holz so haben wir ein bisschen Leder gesammelt ne ich hier ich glaube ich gehe nach hause gute idee was brauche ich dafür holzstroh und fasern dann müssen wir noch alles zu hause haben ich bin eh schon wieder total überladen echt ich vollstelle dein ernst ich vollstelle dein ernst ja natürlich bist du doch du auch im werkbank habe ich was hergestellt für dich stroh ist die stroh rauchig was hast du hergestellt für mich eine eine eisenspitzhacke yeah gold cool beste beste von besten ja immer hier ist aber ein paar steine wenn du die brauchst mein schrank keine ahnung wie viel brauche ich jetzt ich hab's schon wieder vergessen 7 Fasern 25, okay. Stroh 30 und 110 Holz. 30 und 110, okay. Aha. Das ist zu wenig. 100. Flamen wir veräßt, klar. Es fehlt noch Stroh. 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 Wo ist der Stroh? Stein. Beeren. Hasern. Stroh. Yeah. So, jetzt bin ich ja gespannt. So, was ich will jetzt bauen, das ist das. Vielleicht. Schauen wir mal. Könnte denn da eigentlich auch betäuben, oder? Warte mal. Wie geht denn das? So, was mache ich jetzt damit? Wie geht das? Ah, sieben, fassen, oh, lol. So. Fünf. Äh, warte mal. Also, erst mal brauchen wir, das brauche ich. Für den nächsten brauche ich noch vier, okay. Was? Wie geht denn das? Äh, ja, äh, keine Ahnung. Muss ich den rausschmeißen, oder was? Benutzen. Mal sehen, was habe ich mit... Schnucki, was machst du jetzt? Ähm, ich versuche hier, hier, das, das Ding an ihr zu benutzen. Strukturanzahl, Allengewicht, ein tragbarer Käfig zum Interaktieren von Gefangenen. Ja, und jetzt? Wie, wie benutzt man das Ding? Ja, was soll ich das wissen? Wiss ich auch nicht. Du bist der Experte. Ich habe es mal da in die Leiste gelegt, drücke auf fünf, aber nichts passiert. Ich habe nichts in der Hand. Okay, das... Bist du mein... Hm. Was machst du da? Keine Ahnung. Ich versuche, dieses Ding zu benutzen. Ich finde es, ich finde es gerade sehr enttäuschend. Was mich sehr nervt. Als eine Sache nervt mich übertrieben. Ah, scheiße, ich brauche jetzt Feuer. Äh, ja. Das nehmen wir. Oh, Mann. Was ist? Wie funktioniert das? Warum geht das nicht? Wo soll ich das hin tun? Ich baue gleich was tolles für dich. Und es regnet aus. Hä? Warum hat man den Holzkäfig, wenn man denn nicht aufstellen kann? Ist doch voll behindert. Das geht nicht. Ach, komm schon, ey. Weitere. Ah. Wie? Auf dem Schiff kannst du nicht... Ach, das... Ja, das funktioniert im Haus einfach nicht. Aha. Kann man ein Spielchen machen. Ey, ich häng fest. Lass mich raus. Jetzt häng ich wieder in der Luft. Jetzt. Dunkel. Was ist das für ein Scheiß hier? Flipping Baby.